Unabhängig davon, ob du an einem Ort lebst, der für Naturkatastrophen oder andere Unglücke anfällig ist, ist es immer gut, wenn du dein Zuhause und deine Familie mit einem Plan und den richtigen Vorräten vorbereitest. Bei der Entscheidung, in welche Güter du investierst, solltest du die Arten von Notfällen berücksichtigen, für die deine Gegend anfällig ist. Als nächstes solltest du einen persönlichen Notfallplan mit einer Liste von Notfallkontakten, einem geplanten Fluchtweg und, du hast es erraten, ein Notfall-Set mit den wichtigsten Dingen für deine Familie für mindestens drei Tage erstellen. In diesem Video haben wir 15 Produkte zusammengestellt, die du in jedem Notfallgriff bereit haben solltest, um sicher und organisiert zu sein. Alle Links zu den Artikeln findest du in der Videobeschreibung. Trinkwasser sollte ganz oben auf der Liste der Notfallvorsorge stehen, doch nicht jeder hat den Platz, die Mittel oder Lust, hunderte von Wasserflaschen zu horten. Dieser schlanke, leichte persönliche Wasserfilter macht es einfach. Er entfernt 99,9% der im Wasser befindlichen Bakterien und Protozon-Parasiten während du durch ihn trinkst. Er übertrifft die EU- und EPA-Filter-Standards. Er entfernt E. Kuli, Jadier und Kryptosporidium-Ozysten und viele andere wasserbasierte Schadstoffe. Jedes Gerät filtert bis zu 4000 Liter verunreinigtes Wasser. Das ist mehr Wasser, als eine Durchschnittsperson in einem Jahr trinkt, und das ohne Jod, Chlor oder andere Chemikalien. Er funktioniert ohne Batterien und hat kein Verfallsdatum. Mit jedem Kauf dieses günstigen Wasserfilters erhält ein bedürftiges Kind sicheres Trinkwasser für ein ganzes Schuljahr. Ein weiteres Muss auf deiner Liste sollte ein batteriebetriebenes Handkurbelradio sein, dieses funktioniert auf beide Arten und kann auch über Solarstrom, einen 5-Volt-USB-Eingang oder einen 5-Volt-EC-DC-Eingang mit einem Netzadapter betrieben werden. Was die Batterie betrifft, so verfügt es über einen eingebauten und wiederaufladbaren 4000 mAh Akku und kann auch mit 3 AAA-Batterien betrieben werden. Es verfügt über einen integrierten Anschluss zum Aufladen deines Smartphones, eine 6-LED-Leselampe, eine LED-Taschenlampe und ein rotes LED-SOS-Blinklicht mit lautem Alarm. Das Paket beinhaltet außerdem einen Kompass, ein Nylonband und Karabinerhaken für einfaches Tragen. Auch wenn dein Kurbelradio über eine Taschenlampe verfügt, solltest du eine separate Taschenlampe haben, da sie handlicher ist und verschiedene Leuchtmodi bietet. Diese Taschenlampe von Anker funktioniert mit einem wiederaufladbaren Akku, der über ein USB-Kabel aufgeladen wird. Nach 8 Stunden Ladezeit kannst du bis zu 6 Stunden lang leuchten. Du kannst sie auf ein leistungsstarkes Fernlicht mit 1300 Lumen, ein mittleres Licht, ein energiesparendes Abblendlicht, ein Warmblinklicht und ein SOS-Notfallsignal einstellen, mit dem du im Notfall Hilfe rufen kannst. Die LEDs halten satte 50.000 Stunden, mehr als 5,5 Jahre. Die Taschenlampe ist außerdem wasserfest. Denke an alle Gegenstände, die du in einem Notfall brauchen könntest und die mit Batterien betrieben werden, Reisewecker, Radio, Taschenlampe, Laterne und so weiter. Du solltest sicherstellen, dass du für jeden Gegenstand einen Satz Ersatzbatterien hast und dabei die verschiedenen Größen berücksichtigen. Es gibt nichts Schlimmeres, als sich mit AA-Batterien einzudecken, um dann festzustellen, dass man genau zur falschen Zeit AAA-Batterien braucht. Diese Amazon Basics und Maxell-Batterien auf Alkali-Basis versprechen eine Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren und werden in einer praktischen Verpackung geliefert, die du in einer echten Notsituation sicher zu schätzen wissen wirst. Ein tragbarer Kocher ist zwar nicht unbedingt notwendig, aber im Notfall doch ganz nützlich, vor allem wenn man länger als ein oder zwei Tage ohne Strom sein wird. Dieser tragbare Kocher lässt sich mit einem Knopfdruck anzünden und hat eine Leistung von bis zu 2200 Watt, mit dem du einen Liter Wasser in 6 Minuten zum Kochen bringen kannst. Er kann Pfannen und Töpfe mit einer Größe von bis zu 26 cm aufnehmen. Er ist leicht zu reinigen und die Oberfläche ist aus Edelstahl gefertigt. Der Kocher wird in einem Koffer aus Kunststoff geliefert. Er kann mit der CP 250 Gaskartusche oder anderen passenden Kartuschen betrieben werden. Eine Gaskartusche hält eine Stunde und 15 Minuten. Wenn du also für eine Familie kochst, solltest du dich mit ein paar Kartuschen eindecken und sie sicher aufbewahren. Wenn es um Notfälle geht, braucht man mehr als das, was in dem einfachen Erste-Hilfe-Kasten hinten in der Hausapotheke liegt. Dieser Erste-Hilfe-Kasten enthält 228 Einzelartikel, die für alle kleineren Notfälle ausreichen. Ausgestattet mit Scheren, Pinzetten, Erste-Hilfe-Decken, Erste-Hilfe-Anleitungen und vielem mehr. Eine vollständige Inhaltsliste findest du auf der verlinkten Amazon-Seite. Der Koffer ist aus einem glatten, hochwertigen, wasserdichten PU-Gewebe gefertigt und wird mit einem Reißverschluss verschlossen. Diese tragbare LED-Campinglampe erreicht eine Helligkeit von bis zu 1000 Lumen, was einer 75-Watt-Halogen-Lampe gleicht. Der eingebaute Akku kann über ein USB-Kabel aufgeladen werden. Das spart Geld, denn du musst kein Geld zusätzlich für Batterien ausgeben. Er hält bei voller Ladung zwischen 8 und 12 Stunden, je nach Betriebsart. Die Campinglampe ist dimmbar und verfügt über insgesamt 4 Beleuchtungsmodi. Sie verfügt über 3 verschiedene Weißtöne, das gilt auch für den Blinkmodus. Die Laterne bietet eine 360-Grad-Beleuchtung und wiegt nur 550 Gramm. Die Leuchte ist nach IP44 aus allen Winkeln Spritzwasser geschützt. Sie hält also leichten Regen- oder Schneestand. Wenn du dich fragst, wozu du eine Taschenlampe, eine Laterne und dann noch eine Stirnlampe brauchst, solltest du bedenken, dass du unterwegs manchmal eine handfreie Beleuchtung brauchst. Diese nur 73 Gramm leichte Kopflampe bietet dir insgesamt 5 Beleuchtungs- und ein Sensormodus, mit dem du sie mit Handgesten steuern kannst. In der Stirnlampe ist ein Lithium-Ionen-Akku verbaut, der über USB in 2,5 Stunden vollständig aufgeladen werden kann. Je nach Modus bietet die Lampe dann 4 bis 20 Stunden konstantes Licht. Sie ist nach IPX4 wassergeschützt, so dass du sie auch bei schlechtem Wetter oder Schnee verwenden kannst. Mit einer Haltbarkeit von 5 Jahren sind diese Leuchtstäbe in Industriequalität sehr praktisch, wenn du für deine Mitmenschen besser sichtbar sein willst. Ziehe einfach einen aus der einzelnen in Folie eingeschweißten Verpackung und knicke ihn ab, um bis zu 12 Stunden lang ein Licht zu aktivieren, das allerdings mit der Zeit schwächer wird. Also knicke ihn nicht zu früh ab. Diese Snap-Lights sind nicht brennbar, wasserfest, ungiftig und werden in Frankreich hergestellt. Verstaue einige davon in deinem Auto für Notfälle am Straßenrand oder an deinem Rucksack oder deiner Kleidung für nächtliche Wanderungen. Du kennst diese folienähnlichen Decken bestimmt von der Ziellinie eines Marathons. Sie eignen sich auch für Notfälle. Sie bestehen aus 12-Mikron-metallisiertes Polyethylenta-Eftalat in Militärqualität, das bis zu 90% der Körperwärme zurückhält. Sie bestehen aus hochwertigen Materialien, die reißfest sind und eine höhere Zugfestigkeit aufweisen. Diese Decken halten dich nicht nur warm, sondern du kannst die reflektierenden Seiten auch nutzen, um ein Notsignal zu senden. Die Decken sind auf der einen Seite Gold und auf der anderen Silberfarben und haben eine Länge von 2,10 m und eine Breite von 1,60 m. Im Falle einer Evakuierung brauchst du einen sicheren Ort, um deine wichtigen Gegenstände wie Pässe, Bargeld, Fotos, Schmuck und andere wichtigen Dokumente sicher aufzubewahren. Diese feuerfeste Dokumententasche hält bis zu 1371 Grad Celsius Stand. Ether bietet eine 100% Feuerfest-Garantie. In die neue Version der feuerfesten Tasche ist ein wasserdichter YKK-Reißverschluss sowie Klettverschluss eingearbeitet, die die Tasche auch wasserabweisend macht. Zusätzlich zur 43 x 31 x 15 cm großen Dokumententasche bekommt man noch eine kleinere Tasche kostenlos zur Lieferung dazu. Selbst wenn eine Katastrophe ohne Evakuierungswarnung eintritt, kann diese Tasche wichtige Papiere im Falle eines Hausbrandes oder Wasserschadens schützen. Auch wenn es günstigere Taschenmesser gibt, lohnt es sich, für ein haltbares und leicht zu handhabendes Messer mehr zu bezahlen, denn wenn es ums Überleben geht, zählt Qualität. Dieses Offiziersmesser hat neben Schere, Holzsäge und Schraubendreher insgesamt 15 Funktionen. Das in der Schweiz hergestellte Messer ist aus rostfreiem Stahl gefertigt, wiegt knapp 100 Gramm, hat eine Länge von 91 und eine Höhe von 21 Millimetern und gehört nicht nur im Notfall in jede Hosentasche. Streichhölzer funktionieren nicht, wenn sie nass sind und bei Feuerzeugen kann das Gas ausgehen. Wenn du also sicher sein willst, dass du zuverlässig ein Feuer entfachen kannst, sei es zum Wärmen oder zum Kochen, solltest du in einen Feuerstarter investieren. Ganz egal ob bei Wind, Regen oder Sturm, mit dem Buschgier-Feuerstahl entzündest du bei jedem Wetter ein Feuer. Und das bis zu 20.000 Mal. Der Black Stills Feuerstahl XXL hat eine Länge von 12,7 und einen Durchmesser von 1,27 Zentimetern und wird mit einem 60 Zentimeter langen Expanderseil und einem Stahlschaber mit Flaschenöffner, Sechskantschlüssel und lineal geliefert. Mit einer Länge von 75 Millimetern können diese leichten Aluminiumkarabiner mehr leisten als herkömmliche 50 Millimeter Karabiner. Jeder Karabiner hält bis zu 25 Kilogramm, sodass du dein Seil, deine Laterne, dein Kurbelradio, deinen Rucksack oder andere Ausrüstungsgegenstände sicher vom Boden entfernt aufbewahren kannst. Er lässt sich leicht mit einer Hand öffnen und der Federclip schnappt von allein wieder zu. Die verschiedenen Farben machen es einfach, die Gegenstände, die du aufhängen möchtest, farblich zu kennzeichnen. Auch wenn es sich nicht um einen Notfall handelt, kannst du damit Dinge an Rucksäcken oder Gürtelschlaufen aufhängen. Beachte aber bitte, dass sie nicht zum Klettern verwendet werden sollten. Ein starkes Seil ist eines der vielseitigsten Dinge, die du in deiner Notfallausrüstung haben solltest. Du kannst es verwenden, um deine Kleidung zum Trocknen aufzuhängen, einen Rucksack an einen Baum zu hängen, um dein Essen vor Tieren zu schützen, Gegenstände auf dem Dach deines Fahrzeugs oder auf der Ladefläche eines Lastwagens zu befestigen oder einen Stolperdraht mit Dosen oder Glocken zu spannen, um einen Alarm auszulösen, wenn sich ein wildes Tier nähert. Dieses Seil von Abmarkort hat eine Zugfestigkeit von bis zu 280 kg. Zusätzlich zu seiner Zugfestigkeit und nachgewiesenen Haltbarkeit verfügt es über den zusätzlichen Schutz vor Schimmel, Korrosion und UV-Ausgleichen, das es zum Top-Seil macht. Das waren die 15 besten Notfallausrüstungen, die in keinem Haushalt fehlen sollten. Du kannst dir die entsprechenden Artikel genauer ansehen und die aktuellen Preise prüfen, wenn du am besten sogleich auf die angegebenen Links unterhalb dieses Videos klickst. Wir empfehlen dir auch unser Video, Top 5 tragbare Powerstationen, welche ist die beste Powerstation, zu schauen um vor einem Stromausfall oder Blackout gut geschützt zu sein. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zu den vorgestellten Produkten haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem wann du das Video schaust. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.